Ja, weil ich ja sonst kein Auto fahren darf. Naja, aber ich denke mir das fühlt sich relativ realistisch an. Yeah, Ziel erreicht. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht alles. Ah, Auto könnte besser aussehen. Mission erfüllt. Joa, eine Errungenschaft vor dem Sturm. Joa, das sind wahrscheinlich die ganzen Erfahrungspunkten und Money, was wir bekommen haben. Äh, Rangliste, Freundesbestenliste, ja. Ich, bei U-Play hat mich keiner, aber ihr könnt mich gerne händen, so wie ich...